Exkurs. Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag, was tun gegen Alzheimer? Warum wir die Krankheit verhindern, aber nicht heilen werden. Von Professor Michael Henecker. Gehalten am 17. Oktober 2013 in der Bayerischen Staatsbibliothek in München. Es ist immer eine große Ehre für die Deutsche Forschungsgemeinschaft, Vortragsthemen wie diese vortragen zu dürfen und ich bedanke mich ganz herzlich an dieser Stelle. Was ich gerne heute Abend mit Ihnen besprechen möchte, sind aktuelle neue Erkenntnisse zur Alzheimer-Demenz verbunden mit einem zugegebenen provozierenden Untertitel, warum wir die Erkrankung oder die Krankheit verhindern, aber nicht heilen werden. Sie alle kennen möglicherweise dieses Bild von dem Protagonisten der Krankheit, Alois Alzheimer, der eine einzige Patientin betreut hat mit dieser Erkrankung, Auguste Deter. Und Auguste Deter wurde von ihrem Mann in die Klinik zu Herrn Alzheimer gebracht, weil sie ihrem Mann beständig Untreue vorwarf und er diese Anwürfe untersucht haben wollte. Herr Alzheimer hat ihr dann diese folgenden Fragen gestellt. Wie heißen sie Auguste, Familienname Auguste, wie heißt ihr Mann? Ich glaube Auguste, das waren die Antworten. Und da sehen Sie schon, dass eines der Primärmerkmale, sie hatte offensichtlich ihren eigenen Nachnamen, den Namen ihres Mannes vergessen. Also die Gedächtnisstörungen, die im Vordergrund steht, natürlich neben den schon angedeuteten neuropsychiatrischen Veränderungen, die diese Krankheit auszeichnet. Ein weiteres wesentliches, sehr frühes Merkmal ist der Verlust der konstruktiven, visokonstruktiven Fähigkeiten. Dieses Bild ist vom Vater eines meiner besten Freunde. Ich kenne die Familie seit fast 30 Jahren. Die Kinder riefen mich während meiner Zeit in Münster irgendwann an, sagt mit dem Vater Stimme irgendetwas nicht. Ein sehr empathischer Priester aus Bielefeld, der dann zu mir in die Sprechstunde kam, mich ohnehin kannte von Kindesbeinen an, mich in fünf Minuten um den Finger gewickelt hatte und davon überzeugt, dass es ihm gut ginge, weil er sich eine ausgezeichnete Fassade erhalten hatte. Und dann habe ich ihn gebeten, den sogenannten Uhrentest nach Schulmann durchzuführen, nämlich in einer Uhr ein Ziffernblatt einzuzeichnen und mit den Zeigern die Uhrzeit 10 nach 1 zu markieren. Und das war das Ergebnis. Wir haben dann ein Bild gemacht und die Nachfolgeuntersuchung, auf die ich später noch eingehen werde. Und er hatte bereits das Vollbild einer Alzheimer-Krankheit, trotz dieser sehr guten und erstaunlich erhaltenen Fassade. Weitere Dinge, die über den Zeitraum der Erkrankung verloren gehen. Wir rechnen in Deutschland mit 10 bis 12 Erkrankungsjahren. Das ist wesentlich mehr als in anderen Ländern dieser Erde. Aber über diese Erkrankung gehen Eigenschaften und Fähigkeiten verloren. Am Anfang gelingt es noch, Termine einzuhalten, zu telefonieren, selbstständig essen und trinken zuzubereiten, Haushaltsgeräte zu benutzen. Ich hatte einen Patienten, der neulich einen Wohnungsbrand ausgelöst hatte, weil er den Thermokocher auf eine Herdplatte, auf eine Induktionsplatte gestellt hatte, die angeschaltet hatte und dann dieses Plastik sich entzündete. Also solche kleinen Fehlleistungen treten dann relativ schnell auf. Anziehen, eigenständig den Körper zu pflegen, Müllentsorgen, Tischabräumen bis zum Gehen und Essen. Am Ende dieser Erkrankung steht die volle Pflegebedürftigkeit der Patienten. Das pathologische Merkmal, wenn man das Gehirn dieser Patienten untersucht, ist eine Atrophie, das heißt der Volumenverlust der Hirnrinde. Sie sehen hier oben, die Hirnrinde ist sehr weit und atroph, während in dem hinteren Occipitalenpol des Gehirns die Faltung des Gehirns noch erhalten ist. Schaut man in dieses Gehirn mikroskopisch, findet man im Wesentlichen zwei Auffälligkeiten. Die Ablagerung fehlgefalteter Amyloid-Proteine in extrazellulären, also außerhalb der Zellen liegenden Plaques und die Bildung von sogenannten Neurofibrillen. Das ist ein Protein Tau, ein Transportprotein der Nervenzellen, was sich innerhalb der Nervenzelle aggregiert, also zusammenklumpt und die Nervenzelle auf diesem Weg umbringt. Warum unterhalten wir uns über die Alzheimer-Erkrankung und immer häufiger, es klang schon an, wir haben 1910 die Situation, wissen Sie, wie alt 1910 der deutsche Mann wurde im Schnitt? Die Männer, was schätzen Sie? 65, 48 Jahre. Das bedeutet, dass zum Alter hin die Pyramide der Bevölkerung auslief, während wir 2050 diese Situation haben werden. Und demnach auch einen dramatischen Anstieg der Patientenzahlen bei allen neurodegenerativen Erkrankungen voraus berechnen können. Das Problem ist nicht nur der Anstieg, das sind die Zahlen von 2007,1 Millionen Patienten in der Europäischen Union erwartet werden. 16,2 mittlerweile ist die Zahl noch ein wenig gewachsen. Das ist nicht das einzige Problem. Das wirkliche Problem ist, dass wir 2070 Erwerbstätige hatten, die das erwirtschaftet haben, was ein Alzheimer-Patient an Kosten verbraucht hat. 2050 werden wir nur noch 20 haben, also weniger als ein Drittel. Wenn wir dann unsere Versorgungsrealität heute angucken, dann können wir uns vorstellen, wie wir die Patienten in 20 oder in 30 Jahren versorgen können oder versorgen müssen. Also das Problem ist nicht nur der Anstieg, sondern auch die Abnahme der Erwerbstätigen. Wann beginnt die Alzheimer-Krankheit? Und das ist wirklich eine neue Information aus diesem Jahr oder aus den vergangenen zwei Jahren. Wir haben hier drei Phasen. Einmal den Bereich der normalen Kognition, eine Phase, die wir milde kognitive Einschränkungen nennen und die Phase der Alzheimer-Krankheit selber. Diese Phase hier unten kennen wir sehr gut. Im Stadium der milden kognitiven Einschränkungen kommen die Patienten meistens zu uns mit ersten Kurzzeit-Gedächtnisdefiziten, aber keinen anderen Einschränkungen. Wenn andere kognitive Domäne lesen, schreiben, rechnen, Orientierung betroffen werden, dann diagnostizieren wir eine Alzheimer-Erkrankung. Und wir kennen die eingeschränkte Glucose-Verstoffwechselung im Gehirn, wir kennen die Atrophie aus den Kernspintomographien, das Bild kennen Sie schon und letztendlich den pathologischen Zustand. In Wirklichkeit glauben wir aber heute, dass die Erkrankung nicht zum Zeitpunkt erster Gedächtnisprobleme beginnt, sondern Dekaden zuvor. 20, 30 Jahre zuvor. Unser Gehirn ist so gut im Kompensieren von Defiziten, dass wir das ganz, ganz lange nicht bemerken. Hier am Ende der möglicherweise der dritten Lebensdekade beginnt sich dieses Ameloid im Gewebe abzulagern. Und mit einer Verzögerung von ungefähr 15 bis 20 Jahren steigt dann dieses Tauprotein, von dem ich Ihnen erzählt habe, dass es den Zelltod der Nervenzelle auslöst. Hier ist eine große unbekannte Zeit, über die wir später noch sprechen werden. Weitere sieben bis zehn Jahre später tritt dann die Hirnatrophie und mit der Hirnatrophie tatsächlich auch die Demenz zutage. Das bedeutet, dass es zwischen dem Beginn, dem biologischen Beginn der pathologischen Prozesse im Gehirn und dem Auftreten erster kognitiver Einschränkungen eine große Lücke gibt von mehreren Dekaden. Deswegen müssen wir uns drei unterschiedliche Strategien überlegen. Wenn das so früh beginnt, dann ist die beste Chance, es lang vorher aufzufangen, abzufangen mit bestimmten Strategien, sich so zu verhalten oder gewisse therapeutische Maßnahmen einzuleiten, die die Erkrankung in sich selbst verhindern. Wir müssen, wenn wir erkrankte Patienten haben, medikamentöse oder andere Strategien entwickeln, die die Krankheit modifizieren in ihrem Verlauf, verzögern, im besten Falle aufhalten. Und wir müssen die bereits erkrankten Patienten akut therapieren. Und diese drei Strategien werde ich jetzt im Weiteren mit Ihnen besprechen. Die Akuttherapien sind durch eine S3-Leitlinie in Deutschland, das ist ein Konsensus aller Experten abgesichert, in dem sozusagen übereingekommen wird, auf welche Medikamente wir uns als Ärzte verlassen möchten, wenn wir unseren Patienten Empfehlungen aussprechen. Und da gibt es an erster Stelle die sogenannten Acetylcholinesterase, Hämmer. Das sind Substanzen, die hier sehen Sie eine Nervenzelle mit gelben Punkten, das sind die Nervkontakte, die Synapsen, wo die Nervenzellen miteinander kommunizieren. Hier ist so eine Stelle abgebildet und hier sehen Sie ein elektronenoptisches Bild mit lauter kleinen, runden Strukturen. Das sind Vesikeln, in denen Nervenbotenstoffe drin sind, das sogenannte Acetylcholin. Dieses Acetylcholin ist im Prinzip der Übermittler der Nachricht von einer zur nächsten Nervenzelle und ist bei der Alzheimererkrankung nachhaltig vermindert. Was diese Acetylcholinesterase-Inhibitoren nun tun, ist, dass sie das Abbauen der Enzymen, das System, was diesen Nervenbotenstoff abbaut, einfach blockiert. Diese Blockade führt dazu, dass die Abbauprodukte verschwinden und hier in dem Spalt zwischen den beiden Nervenzellen viel, viel mehr Acetylcholin vorhanden ist und ausgeschüttet werden kann. Und somit für eine gewisse Zeit die Übertragung von Informationen von einer zur nächsten Nervenzelle verbessert wird. Diese Medikamente sind klinisch natürlich geprüft. Hier gibt es eines mit dem Namen Galantamin und eines mit dem Namen Donipizil. Sie sehen, dass über die ersten 26 Wochen hier die Leistung in Gedächtnistests besser wird der Patienten, aber zur 52. Woche hin wieder ein Abfall zu bemerken ist. Diese Patienten haben einen Benefit dieser Medikation, dass diese Medikamente helfen, aber in einem Großteil der Patienten nur für ein Jahr, manche ein bisschen länger. Es gibt Nachweis über einen positiven Effekt von bis zu drei Jahren. Trotzdem sind sie nicht ursächlich an einem Krankheitsmechanismus dran, sondern sie sind symptomatische Medikamente, die das Gedächtnis und die Alltagsfähigkeiten für eine transiente Phase verbessern. Es gibt Donipizil, Galantamin und Rivastigmin, drei nebeneinander gleichwertige Medikamente, wobei diese Medikamente alle starke Nebenwirkungen haben. Schwindel, Erbrechen, Übelkeit, Durchfall, wenn sie als orale Tablette, als Kapsel oder als Tablette eingenommen werden. Und eine Firma hat sich die Mühe gemacht, ein Pflaster zu entwickeln, aus dem das Medikament auch freigesetzt wird. Und dieses Pflaster hat für uns Ärzte die Sache grundlegend verändert, weil wir nun nur noch ganz, ganz wenig und nur in den initialen Momenten die Nebenwirkungen sehen und die Patienten wirklich behandeln können. Also das Pflaster hat einen wirklichen Umschwung in der Therapie erbracht. Man bringt, das ist so ein Pflaster hier abgebildet, man bringt das Pflaster jeden Tag an einer anderen Stelle auf, wandert im Prinzip in einer Woche einmal um den Oberkörper und diese transdermale Pflasterapplikation reduziert vor allem die gastrointestinalen Nebenwirkungen, Übelkeit und den Schwindel. Das wird erkauft durch eine allergische Reaktion bei 5% der behandelten Patienten, denen wir dann dieses Medikament nicht zur Verfügung geben können. Und Sie sehen hier diese roten Stellen sind alle lokale Reaktionen. Das ist keine Reaktion auf das Medikament, sondern eine Reaktion auf den Kleber, mit dem das Pflaster ausgestattet ist. Trotzdem sind die Stellen juckend, entzündend und so gereizt, dass man diese Therapie dann nicht mehr geben kann. Man wechselt auf ein zweites Medikament, das Mementine heißt, für Mementine ist gezeigt, dass es den kognitiven Abbau verlangsamt und vor allem die Alltagsfähigkeiten deutlich verbessert. Und dass es die Zeit bis zum Eintritt der Abhängigkeit von äußerer Pflege deutlich verzögert. Das funktioniert ebenfalls an dem Nerv-Nerv-Kontakt, da werden andere Botenstoffe freigesetzt wie das Glutamat. Das Glutamat wird hier an einen Rezeptor geleitet, der NMDA-Rezeptor genannt wird. Und dieser Rezeptor vermittelt, wenn zu viel Glutamat gebildet wird, ein Zelltotsignal, sodass die darunterliegende postsynaptische Nervenzelle getötet wird. Dieser Rezeptor wird durch das Mementin blockiert und somit wird der Abbau und die kognitive Leistungsfähigkeit für ungefähr dieselbe Phase von ein bis zwei Jahren stabilisiert. Aber auch diese Medikamente sind nur für eine gewisse Zeit von Nutzen. Und man muss dann sozusagen seinem Patienten so fair gegenüber sein, wenn der Nutzen nicht mehr gegeben ist, diese Medikamente auch wieder abzusetzen. Das Interessante ist, dass wir im Augenblick einen noch weit verbreiteten therapeutischen Nihilismus in Deutschland haben. Und obwohl wirklich nachgewiesen ist, dass die Medikamente den Patienten helfen, werden nur ein Viertel der Alzheimer-Patienten in Deutschland mit diesen Medikamenten tatsächlich behandelt. Dass es die Empfehlung der Expertenkommission gibt, wird unterschieden zwischen leichter, mittelschwerer und schwerer Alzheimer-Demenz. Für die ersten beiden Phasen werden die Acetylcholinesterase-Inhibitoren empfohlen. Für die mittelschwere und schwere Form wird das Mementin empfohlen. Für andere Formen wie der vaskulären Demenz oder Mischformen werden Off-Label diese gleichen Substanzen eingesetzt. Das ist zusammengefasst in diesem Leitlinienbuch und all diese Fachgesellschaften, einschließlich der Hausärzte, haben hier zugestimmt und sollten eigentlich diesen Behandlungsrichtlinien auch folgen. Was wissen wir Neues zur Therapieentwicklung? Wir reden jetzt über die krankheitsmodifizierenden Therapeutika. Und da muss man sagen, die aktuelle Entwicklung hat uns leider nicht so weit gebracht, wie wir gerne wären. Man hat versucht, diese Menge an Acetylcholinesterase-Inhibitoren, nachdem man das Pflaster hatte, zu steigern und hat diese Studie durchgeführt. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, hier wurden fast 2000 Patienten eingeschlossen in diese Studie, 1979, hier unten am Ende der Studie sind in beiden Studienarmen, also behandelt oder unbehandelt, noch rund 200 Patienten übrig geblieben. Also eine sehr stringente Studie, die alle Zwischenfälle ausgeschlossen hat. Was diese Studie gezeigt hat, ist, dass wenn sie im Pflaster die Menge an Acetylcholinesterase-Inhibitor erhöhen, sie tatsächlich den Patienten noch länger vor dem kognitiven Abbau schützen können. Also wenn das Pflaster dann 13,3 Milligramm und nicht nur 9,5 Milligramm enthält, ist die Wirkung besser. Über 48 Wochen, also fast ein ganzes Jahr. Das ist eine aktuelle Entwicklung und das Medikament ist im Frühjahr diesen Jahres zugelassen worden, auch in dieser Wirkstärke. Das hat am Anfang vermehrt Übelkeit, Erbrechen und auch Stürze zur Folge. Deswegen muss man sehr vorsichtig sein. Am Ende, jenseits der 24. Woche, sind die Zahlen dann wieder deutlich erniedrigt. Das heißt, man muss diese Medikamente langsam eindosieren, darf nicht ungeduldig werden. Man darf es auch nicht zu früh absetzen, sondern muss dem Medikament seine Zeit geben, weil es wirklich der Körper sich daran gewöhnen muss, um all diese negativen Nebenwirkungen zu vermeiden. Es gibt eine interessante Studie, die ich Ihnen unbedingt vorstellen wollte, aus dem Frühjahr 2013 von einer amerikanischen Arbeitsgruppe, die untersucht hat, Wie verhält sich eigentlich das Gedächtnis und Gedächtnisabbau über ein Jahr bei Alzheimer-Patienten, die die meiste Zeit in der Woche sitzend verbringen, bei Patienten, die eine Stunde pro Woche gehen und bei Patienten, die mehr als zwei Stunden pro Woche wirklich körperlich aktiv sind. Und das Interessante ist, das ist der sogenannte Mini-Mental-Status-Score hier. Das ist ein sehr einfacher Gedächtnistest, aber auch ein guter und robuster Test. Und Sie sehen, die Patienten fangen hier alle um den Testwert von 23 an. Die Patienten, die einen sitzenden Lebensstil bevorzugen, die sind ein Jahr später deutlich schlechter. Die haben vier Punkte verloren. Ein deutlicher Abbau der geistigen Leistungsfähigkeit. Die Patienten, die eine Stunde pro Woche unterwegs waren, haben abgebaut, aber statistisch nicht signifikant. Und wenn man das einschätzen müsste, würden Sie mir recht geben, das ist fast auf dem selben Niveau. Aber das wirklich Interessante ist, dass diejenigen, die mehr als zwei Stunden körperlich aktiv waren, sich hinsichtlich ihrer Gedächtnisleistung sogar gebessert haben. Und das ist ein ganz wichtiger Befund. Ja, das ändert natürlich auch die Einstellung den Patienten gegenüber. Das bedeutet auch, man darf die Leute nicht sich selber in den Seniorenheimen überlassen, sondern man muss aktiv und mit stimulierenden Angeboten ihnen gegenüber treten. Die Krankheitsmodifikation, die Veränderung oder die Verzögerung der Erkrankung. Unser Konzept, das wird eines der wenigen biochemischen oder schematisch biochemischen Bilder sein in diesem Vortrag. Das Konzept ist, dass es ein Eiweiß gibt, was Amyloid-Vorläuferprotein hat, was durch zwei molekulare Scheren praktisch geschnitten wird. Die eine Schere nennt sich Beta-Sekretase 1 und die andere Gamma-Sekretase. Diese molekularen Scheren schneiden hier ein Stück aus diesem Eiweiß raus, was dann Amyloid-Beta-42 genannt wird. 42, weil es 42 Aminosäuren lang ist. Dieses lagert sich zuerst in Oligomeren ab, also in so halblöslichen Formen. Und dann bildet es diesen festen Plagg im Gehirn. Dieser feste Plagg löst eine Entzündung aus, auf die ich später noch kommen werde und führt dazu, dass sich diese Neurofibrillen bilden. Und beides zusammen ist dann dafür verantwortlich, dass letztendlich die Nervenzelle ihre Funktion einschränkt und abstirbt. Wir müssen zwei wesentliche Dinge auseinanderhalten. Es gibt ungefähr 5% der Patienten, die an einer familiären Erkrankung leiden. Das heißt, die Erkrankung tritt in der Familie regelhaft auf, in jeder Generation, die Hälfte oder mehr betroffene Patienten. Und das sind genetische Veränderungen im Amyloid-Vorläufer-Protein, im Präsinilin-1 oder 2-Gen. Für die anderen 95% der Patienten hat das überhaupt keine Bedeutung. Da ist es der reduzierte Abbau, unser Reinigungssystem im Gehirn, wird über die Zeit in einer Weise kompromittiert, die dann die Konzentration so ansteigen lässt, dass sich diese Plaques im Gewebe bilden. Also sporadische Form der Erkrankung, Verlust des Abbaus, familiäre Erkrankung, Überproduktion als Antwort auf genetische Veränderungen. Für all diese Stellen, hier hat man versucht, die molekularen Scheren zu inhibieren. Hier hat man versucht, eine Impfstrategie gegen Alzheimer oder dieses Aneinanderlagern der Eiweißmoleküle zu verhindern. Man hat versucht, Teile der Entzündung zu reduzieren und Kinase-Inhibitoren, das heißt unmittelbar die Enzyme, die zur Neurofibrillenbildung führen, zu blockieren. All diese Strategien wurden in der Vergangenheit getestet. Das ist ein Bild aus einem Übersichtsartikel in Lancet Neurology. Das ist aus dem Jahre 2010, also knapp drei Jahre her, von Francesca Mangia Lasche aus Rom, die einmal aufgelistet hat, wie viele von diesen Substanzen im Augenblick sich in klinischen oder experimentellen Tests befinden, die der Alzheimer-Krankheit zu Leibe rücken sollen. Und ich kann Ihnen sagen, das Negative ist, heute sind davon noch drei übrig geblieben. Drei Jahre später haben wir noch drei Substanzen, an die wir glauben und alles andere ist aussortiert worden. Es ist ein härteres und zäheres Geschäft und ich glaube, es ist ein härteres und zäheres Geschäft, weil wir über den wichtigen Teil der Erkrankung, die ersten zwei, drei Jahrzehnte, gar nicht so viel wissen bis heute. Ist die Prävention unsere beste Option? Das ist aus meiner Sicht heute die entscheidende Frage. Wenn wir uns angucken, wo wir im Augenblick stehen, das ist hier irgendwo an dieser Kante, kurz nach 2007, dann sehen wir, dass wir einen dramatischen Anstieg an Patientenzahlen zu erwarten haben. Wenn es uns gelingt, eine Substanz zu entwickeln, die die Erkrankung um ein halbes Jahr verzögert, werden wir keinen großen Effekt erzielen. Wenn wir eine Substanz finden, die die Erkrankung um ein Jahr verzögert, ebenfalls nicht. Finden wir aber eine Substanz, die zwei Jahre verzögert oder fünf Jahre verzögert, nicht aufhält und nicht heilt, nur verzögert, dann gelingt es uns, die Hälfte der Patienten zu reduzieren. Das heißt, wir müssten nur ein Medikament oder eine Strategie finden, die es uns erlaubt, die Erkrankung um fünf Jahre in ihrem Verlauf zu verzögern. Und wir würden die Hälfte der Patienten erwarten, mit denen wir im Augenblick zu rechnen haben. Dazu müssen wir erst mal wissen, wer denn ein solches Risiko in sich trägt. Ich habe Ihnen gerade gesagt, fünf Prozent der Patienten haben die genetische Erkrankung, die könnte man alle testen. Eine Testung für alle drei Gene liegt im Augenblick im Bereich von 4.500 Euro. Wenn man das breiter ansetzen würde, wäre unser Gesundheitssystem ziemlich schnell am Ende. Das heißt, das fällt erst mal aus, wenn es nicht in den Familien ohnehin bekannt ist. Wenn wir bildgebend untersuchen, wer denn eine Hirnsubstanzminderung aufweist, die hinweisend wäre auf einen Alzheimer, dann kommen wir drei Jahre vor Demenz zum ersten Mal darauf, dass hier in einer Hirnregion, die wir als Hippocampus bezeichnen, Substanzverlust auftritt, der ungewöhnlich ist und das Altersmaß übersteigt. Ein Jahr vor der Diagnose einer Demenz ist diese Region viel stärker betroffen. Sie sehen, das breitet sich aus. Und zum Zeitpunkt der Demenzdiagnose ist das offensichtlich. Bedeutet aber, ich habe Ihnen gesagt, wir haben möglicherweise zwei oder drei Dekaden Vorlauf vor dieser Zeit. Die drei Jahre hier, die werden uns nicht helfen. Eine weitere Methode, das vorherzusagen, ist möglicherweise die Analyse von Nervenwasser. Sie sehen hier, das Nervenwasser nimmt man aus dem Rücken ab, unterhalb des Endes des Rückenmarks. Das ist so auf Höhe der letzten tastbaren Rippe. Hier unten kann man den Nervenwasserraum punktieren mit einer längeren Nadel. Alleine die Beschreibung macht klar, dass das keine angenehme Untersuchung ist. Und dann, wenn man das Nervenwasser hat, kann man aber eine sehr gute Vorhersage machen. Und zwar hat man sich diese Amyloid-Beta-Peptide angeguckt. 42 und 40 hat die in ein Verhältnis miteinander gesetzt. Sie sehen, dass die, die ein normales Verhältnis hatten, die Patienten sind durch die blaue Linie dargestellt, die werden in den nächsten fünf Jahren keine Alzheimer-Demenz entwickeln, während die, die eine pathologischen Quotienten hatten, hier alle über die nächsten fünf Jahre in eine Alzheimer-Demenz übergetreten sind. Also eine aufwändige, unangenehme Methode, die es aber offensichtlich erlaubt, in dieser Untersuchung für den Zeitraum von fünf Jahren eine Voraussage zu machen. Und das ist weiterverfolgt worden von Clifford Jack. Das ist auch aus diesem Jahr die Daten. Und da möchte ich Sie nochmal darauf aufmerksam machen. Hier, das sind der blauen Balken, sind die Kontrollpatienten. Und wir gucken auf drei Dinge. Wir gucken auf Amyloid-Beta im Nervenwasser. Das ist hier sehr hoch, weil es aus dem Gehirn ausgeschieden und über das Nervenwasser abtransportiert wird. Wir gucken auf das Phospho-Tau, also der Bestandteil der Neurofibrillen, die den Zelltod auslöst. Das ist sehr niedrig. Und auch das Gesamt-Tau, was dann den Untergang der Nervenzellen anzeigt, ist sehr niedrig. Patienten, die innerhalb von den nächsten zwei Jahren in eine Alzheimer-Demenz übertreten, zeigen genau das gegenteilige Bild. Hier ist das Amyloid-Beta sehr niedrig im Nervenwasser. Das reflektiert nur, dass es sich im Gehirn massiv abgelagert hat. Und die Werte für Phospho-Tau und Tau, also die Zelltodmarker, sind hoch. Das heißt, Nervenzellen sind untergegangen. Und wir finden es in der Untersuchung. Wenn wir gucken, Patienten, die in den nächsten zehn Jahren in eine Alzheimer-Demenz kommen, die haben hier schon einen leicht erhöhten Wert für Tau, also etwas Nervenzelltod, aber bereits einen kompletten Verlust an Amyloid-Beta. Das Amyloid-Beta ist hier bereits abgelagert. Also ganz sicher zehn Jahre vorher liegt das schon da und macht schon Dinge, die nicht wünschenswert sind. Und diese Daten erlauben uns jetzt, diese Patienten, die hier in diesem Stadium sind, herauszupicken und möglichst wirkungsvoll zu behandeln. Die Patienten, die in fünf Jahren übertreten in eine Alzheimer-Demenz, das ist der orangene Balken, die liegen in den Werten genau dazwischen. Es gibt also dieses Disconnect zwischen der Amyloid-Ablagerung und dem Auftreten von Nervenzelltod. Und in diesem Disconnect, in dieser Zeit, in diesen 15 oder 20 Jahren, geschehen verschiedene Dinge, die wir im Augenblick versuchen herauszufinden. Wir kennen aber Dinge, die ganz eindeutig die Krankheit, das Risiko, die Erkrankung zu entwickeln, erhöhen und die Krankheitsmechanismen beschleunigen. Das ist Bluthochdruck, Fettleibigkeit, Kopfverletzung, ein niedriger Ausbildungsstand und, das wird Sie jetzt nicht mehr wundern, reduzierte körperliche Aktivität. Leute wie ich, die eigentlich den meisten Tag vor dem Computer oder sitzend verbringen und wenn Sie sich abends nicht mehr aufraffen können, irgendwas Sportliches zu machen, dann genau dieses Schicksal erleiden werden. All diese Dinge können wir aber eigentlich behandeln. Wir wissen, wie wir mit Bluthochdruck, Diabetes oder mit Fettstoffwechselstörungen umgehen können, weil die steigen schon im mittleren Lebensabschnitt stark an. All diese Faktoren wären medikamentös behandelbar. Das ist eine Untersuchung von Luxinger und Kollegen, die gezeigt hat, dass Diabetes, Hypertension, auch Nikotinabuses, man muss nicht rauchen. All diese Faktoren wichtig sind für die Entwicklung und für die Risikoerhöhung einer Alzheimer-Demenz. Mia Kiwi-Pelto aus Helsinki hat gezeigt, dass Übergewicht ein wichtiger Faktor ist. Da gehe ich gleich noch drauf ein. Wieder Bluthochdruck, wieder Hypercholesterinämie und ganz wichtig, im mittleren Lebensabschnitt. Wir haben leider eine Entwicklung genommen, die irgendwann ab dem griechischen Adonis in die falsche Richtung gelaufen ist. Wenn wir uns die Bilder angucken, das ist jetzt etwas klein, aber ich erkläre es Ihnen, das sind natürlich zwei europäische Landkarten. Das sind Daten aus England vom Jahr 1986 bis 2004. Die Entwicklung der Fettleibigkeit der Bevölkerung. Der Anteil, der prozentuale Anteil an Frauen und Männern, die fettleibig waren nach den international gültigen Kriterien, nämlich einen Body Mass Index von über 30 hatten. Und Sie sehen, das waren hier noch um die 15% an Männern und etwas mehr an Frauen. Und das ist dann fast auf 25 bis 30, Richtung 30% angestiegen. In England natürlich nur. Also, das wahre Bild zeigt sich auf der Landkarte. Sie sehen, je dunkler es wird, umso fetter sind die Menschen in diesen Ländern. Es sind die Engländer, die Finnen sind an der Spitze, nur noch geschlagen von den Griechen. Aber wir Deutschen sind auch nicht so koscher. Wir sind auch für die Männer im orangenen, also im mittleren Bereich und für die Frauen sogar etwas darüber. Warum ist das so wichtig? Das ist eine Studie von Widmer und Kollegen aus dem Jahr 2008, die inzwischen mehrfach reproduziert worden ist. Und meine Mitarbeiter nennen diesen Faktor, den die Fachleute sagittalen, abdominellen Durchmesser nennen, nur noch den Plauzenfaktor. Was die Kollegen und Widmer gemacht haben, die haben junge Männer vor 30 Jahren untersucht, zwischen 40 und 45. Und haben die hinsichtlich ihrer körperlichen leistungsfähig getestet, Körpergewicht, Länge und so weiter, diesen Plauzenfaktor erhoben. Und 30 Jahre später haben sie sich angeguckt, wer von denen hat eine Alzheimer-Demenz entwickelt. Und raus kam, dass abhängig von dem Übergewicht und dem Plauzenfaktor das Risiko, eine Alzheimer-Demenz zu bekommen, um das Vierfache gesteigert wurde. Und das sind lauter Dinge, die wir vermeiden können und vermeiden müssen. Stammfettleibigkeit im mittleren Lebensabschnitt erhöht das Risiko für eine Demenz, und zwar unabhängig von Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Wie funktioniert das? Das sind Bilder aus dem Gehirn einer Ratte. Und das ist ein Experiment, was ein ehemaliger Kollege und Freund Marc Gleichmann in New York gemacht hat. Hier sehen Sie einen Gedächtnistest dieser Ratte. Die normal gefütterten Ratten, ich komme da gleich noch drauf, sind die offenen und die fettgefütterten Ratten sind die schwarzen Punkte. Was aber wichtiger ist, dass die fettgefütterten Ratten haben eine wesentlich schlechtere Gedächtnisleistung hier. Was aber wesentlich wichtiger ist, ist dieses Bild hier. Sie sehen, die Ratten wurden vier Wochen mit hochcholesterolhaltiger Nahrung ernährt. Nur vier Wochen. Und was Sie sehen, ist eine Darstellung der Nerv-Nerv-Kontakte. Und was, glaube ich, auch aus der letzten Reihe zu sehen sein müsste, ist, dass die, die Kontrollfutter bekommen haben, ganz, ganz viele Nerv-Nerv-Kontakte haben, während die bei den hochkalorisch und hochcholesterolhaltig ernährten Tieren komplett degeneriert sind. Das heißt, nachhaltige Schädigung, eine der wichtigsten Eigenschaften unseres Gehirns, nämlich der Kontakte zwischen den Nervenzellen. Fettreiche Ernährung, erhöhtes Risiko für unterschiedliche neurologische Krankheiten und altersassoziierte Defizite. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsslides in diesem Vortrag, weil es ein Experiment zeigt, was ein anderer Kollege von mir und Freund David Kau an der Emory University durchgeführt hat. Wissen Sie, wo die Emory University ist? Es ist in Atlanta. Und was ist der größte Geldgeber und das größte Unternehmen in Atlanta? Coca-Cola. Genau. Und was David gemacht hat, ist, er hat seinen Alzheimer-transgenen Tieren für sechs Wochen Coca-Cola zu trinken gegeben, anstelle von Wasser. Und was rauskommt, ist, dass hier die nicht-transgenen Tiere, die Dreiecke, die lernen diesen Test, diesen Gedächtnistest über sechs Tage ganz, ganz schnell. Die müssen eine Plattform finden, die sie nicht sehen können und müssen sich an Hinweisen orientieren. Und dieser Test wird jeden Tag durchgeführt. Das heißt, jeden Tag wird sozusagen die Erinnerungsfähigkeit geprüft und die Mäuse werden immer schneller beim Auffinden von einem Stückchen Käse oder einer Plattform, die sie erklimmen müssen. Die Mäuse, die transgen war, aber keinen Cola hatten, sondern normales Wasser, die haben schlechter gelernt, aber auch die haben irgendwann die Plattform gefunden. Die Mäuse, die Coca-Cola getrunken haben, haben gar nicht mehr gelernt und haben sich hinsichtlich ihres Lernverhaltens eher noch verschlechtert. Aber nicht nur hat sich das Lernverhalten verschlechtert, sondern sie haben hier auch wesentlich mehr Ameloid-Beta im Gehirn abgelagert. Das ist eine Darstellung von Eiweißen. Sie sehen, Kontrollgehirn ist wenig, im Zucker, hier wurde das als Zucker bezeichnet, wesentlich mehr. Und auch die Ablagerung hier, das ist ein Kontrollgehirn, das ist das Gehirn einer Coca-Cola-ernährten Maus, ist viel stärker. Das war natürlich ein Riesending und er wollte das, wir werden als Wissenschaftler immer evaluiert an Publikationen in möglichst herausragenden Journalen und er wollte das an so ein herausragendes Journal schicken, um das kundzutun. Und das war schon fast in Druck, als es dort einen Anwalt zu sehen bekam, der das komplett gestoppt hat. Der hat gesagt, wenn wir das drucken, macht uns Coca-Cola platt. Am nächsten Tag hat er drei Rechtsanwälte in seinem Büro, die ihm sagten, also Coca-Cola macht die Uni platt und zieht all die Unterstützung aus seinem Labor, wenn sie das veröffentlichen. Und man hat sich dann nicht auf den Titel Coca-Cola, sondern auf den Titel Sucrose Sweetened, also Zucker, gesüßtes Wasser geeinigt. Auch der Genuss von Coca-Cola kann vermieden werden. Was können wir noch tun? Es gibt eine interessante Studie von Nikos Kameas aus New York, der untersucht hat, ob Generationen von Leuten, die sich an eine mediterrane Diät halten, weil sie aus dieser Region mal stammten, einen besseren Verlauf nehmen, hinsichtlich der Alzheimer-Krankheit, als Leute, die sich an die irische Steakernährung halten. Und was er untersucht hat, ist die Adherenz, also die Haftung oder der Verbleib bei der traditionellen mediterranen Diät. Jetzt ist mediterrane Diät nicht das, was sie aus Bunt, Bild der Frau und anderen einschlägigen Fachzeitschriften zum Thema kennen, sondern mediterrane Diät ist ein Begriff, der 1946 in Griechenland geprägt wurde, weil man eine Expertenkommission zusammengerufen hatte. Die Griechen hatten eine schwere Hungersnot 1946, haben eine Expertenkommission zusammengeholt, haben gesagt, definiert uns, was wir der Bevölkerung geben müssen, dass wir möglichst wenig Hunger, Todesfälle haben. Diese Kommission hat den Begriff der mediterranen Diät tatsächlich geprägt und hat natürlich Fisch, Gemüse, Obst und Cerealien und Rotwein definiert als wesentlichen Bestandteil der Nahrung. Und was Nikos Kameras herausgefunden hat in seiner Untersuchung, war, dass die Bevölkerungsgruppen in New York, die aus diesen Mittelmeerregionen kommen und sich an diese Diät weiterhin gehalten haben, deutlich langsamer in eine Alzheimer-Erkrankung kommen als die, die sich nicht mehr an diese traditionelle Ernährung halten. Das Interessante war, dass seine Daten so stark waren, dass er das einengen konnte, um herauszufinden, was ist tatsächlich der Mittler dieses positiven Effektes und es war einmal der Fischgenuss und der milde zu moderate Rotweingenuss. Und das ist ja nicht die schlechteste Nachricht. Eine hohe Adherenz zu der mediterranen Diät reduziert das Risiko, von der Phase der milden kognitiven Einschränkung in eine volle Alzheimer-Demenz überzutreten. Das heißt, wenn man das zusammenfassen müsste, vermeiden Sie unkontrollierte Kalorienzufuhr. Keine fettreiche Ernährung, keine gesättigten Fettsäuren, keinen Sugar, Sweetened Water oder direkten Zucker, es sei denn, Sie laufen wie Usain Bolt jeden Tag und verbrennen das auch. Fisch, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, natives Olivenöl, moderate Alkoholgenuss, Obst und Gemüse sind wünschenswert. Weil wir die Fische ausrocknen. Wir kommen gleich noch drauf. Wir haben jetzt drei Dekaden Zeit. Ungefähr. Ich glaube, dass wir weniger Zeit haben, weil wir schon in dem Anstieg sind. Wir müssen dieses therapeutische Fenster, was wir haben, zwischen dem Ablagerungszeitpunkt des Ameloids im Gehirn und dem Auftreten des Nervenzellschadens nutzen. Und einen der Ansatzpunkte möchte ich Ihnen darstellen. Wir glauben, dass zwischen der Ameloidablagerung und zwischen dem Auftreten der Gehirnatrophie und der Schädigung hier Entzündung eine ganz große Rolle spielt. Warum glauben wir das? Das ist ein Bild aus dem Gehirn eines Alzheimer-Patienten. Und was Sie hier in Rot sehen, ist eine Färbung, die Neuropathologen als Kongo-Rot bezeichnen. Was Sie dahinter sehen oder drumherum sehen, sind aktivierte Entzündungszellen des Gehirns. Zellen, die eigentlich dafür da sind, unser Gehirn zu schützen und von Bakterien oder Viren freizuhalten. Und Sie sehen, dass diese Zellen sich auf diese Ameloidablagerung, auf diese Kongo-Rot-positiven Ablagerung geradezu stürzen. Kongo-Rot wurde 1870 von Paul Bötticher bei Bayer entwickelt, in der Nähe von Bonn. Jetzt ist das Rheinland eine sehr regnerische Region. Das Kongo-Rot wurde nicht entwickelt, um Hirne zu färben, sondern um Textilien zu färben. Und weil es im Rheinland so oft regnet, hat man relativ schnell herausgefunden, dass das nicht im Textil bleibt, sondern ausgewaschen wird. Also war das ein Misserfolg für Bayer. Die haben das zurückgetan ins Regal und haben die Sache vergessen. Bis es eines Tages buchstäblich aus dem Regal fiel und ein ganz komisches Muster auf dem Boden hinterließ. Und der Bötticher hat sich dann dafür interessiert, warum macht es dieses Muster? Und was Sie festgestellt haben, es färbt Bakterien. Es färbt Bakterien, weil die auf ihrer Oberfläche genau dieselben Amyloide und dieselben Strukturen tragen, die sich hier im Gehirn ablagern. Das bedeutet aber auch, dass das, was die Entzündungszellen hier sehen, nicht ein fehlgefaltetes Eiweiß ist. Für die Entzündungszellen, die die Oberflächenrezeptoren haben, Bakterien aufzufinden, für die sieht das aus wie eine Entzündung. Wie Bakterien im Gehirn. Und sie tun genau das, was ihnen die Evolution Millionen von Jahren beigebracht hat, nämlich die loszuwerden. Und in diesem Loswerden fangen die an, eine ganze Reihe von entzündlichen Botenstoffen auszuschütten. Nämlich Zytokine, Chemokine, freie radikale Komplementfaktoren und eine ganze Reihe von anderen Faktoren. Man kann diese Entzündung im Gehirn von den Alzheimer-Patienten visualisieren bei Patienten, die noch am Leben sind. Und zwar diese Zellen, die diese Aktivierung aufgrund dieser Ablagerung erleiden, die wandeln sich in ihrem Aussehen. Die sehen normalerweise so mit vielen feinen Ästen aus und werden dann aktiviert. Bei der Aktivierung fördern sie ein Eiweiß an ihrer Oberfläche, was markiert werden kann mit einem PET-Liganten, also einem Radio-Liganten, den man in einem Positronen-Emissionstomograph visualisieren kann. Und Sie sehen hier zwei unterschiedliche Patientengehirne. Einmal ein Kontrollpatient, 75 Jahre, nicht dement. Und einmal ein Patient, der 63 Jahre ist und seit zwei Jahren eine Alzheimer-Diagnose hat. Dieser Patient hat keine Ablage, kein Signal für diese chronische Entzündung im Gehirn. Dieser Patient hat ein massives Signal. Hier, das bleibt natürlich in den Blutgefäßen. Was Sie hier sehen, sind alles Blutgefäße. Hier ist es tatsächlich das Gewebe. Und Kollegen aus Japan haben Ende des vergangenen Jahres publiziert, dass man sogar unterscheiden kann anhand diesem Marker, wer nun in eine Alzheimer-Demenz kommt und wer nicht. Sie sehen hier die Patienten, die in einer Alzheimer-Demenz kommen, die haben alle eine Signalerhöhung, während die, die keine Alzheimer-Demenz entwickeln werden, dieses Signal nicht zeigen. Man hat einen weiteren Hinweis, dass Entzündung eine entscheidende Rolle möglicherweise spielt aus der Genetik. Und zwar hat man sich, hat man gefunden, 2011, dass es eine Veränderung im CD33-Gen gibt. Das ist wieder so ein Oberflächenmolekül auf diesen Entzündungszellen. Und die Patienten, die dieses Molekül verändert haben in ihrer genetischen Information, haben ein erhöhtes Risiko, an Alzheimer zu erkranken, was hier durch diesen roten Punkt gekennzeichnet ist in der genetischen Analyse. Was die Forscher um Helene Bradshaw dann gemacht haben, sie haben diesen Patienten Blut abgenommen und zwar den, die ein normales Allel tragen, also keine genetische Veränderung haben, die die ein Allel, also einen Teil unserer genetischen Information verändert haben und die die beide Allele verändert hatten und haben diesen Zellen Amyloid Beta zum Fressen gegeben. Haben geguckt, wie gut bauen die Zellen dieser Patienten das Amyloid Beta denn ab. Und da kam raus, dass die Patienten, die hier diese genetische Veränderung hatten, das gar nicht mehr oder ganz schlecht abbauten im Vergleich zu den normalen Patienten. Man hat dann Amyloid Beta im Gehirn dieser Patienten visualisiert und hat festgestellt, diejenigen, die diese genetische Veränderung in beiden Allelen haben, also in der die komplette genetische Information ausgetauscht war, hatten unglaublich viel Amyloid Beta im Gehirn im Vergleich zu einem normalen Patienten. Das bedeutet nichts anderes, dass die Entzündungszellen, die normalerweise für den Abbau von Amyloid Ablagerungen zuständig sind, das war das Problem bei der Majorität der Patienten, die sporadisch an Alzheimer erkranken, möglicherweise eine eingeschränkte Abtransport und eingeschränkte, wenn Sie so mögen, Müllabfuhr haben aufgrund dieser genetischen Veränderung oder anderer Dinge, die wir noch finden werden. Wir haben eine Untersuchung dieses Jahr publizieren können, die sich damit beschäftigt hat, welche Mechanismen verantwortlich sind, dass die Entzündungszellen nicht mehr das tun, für was sie gedacht sind, nämlich die Entzündung limitieren und das Amyloid praktisch auffressen und sind auf ein Molekül gestoßen, was wir als Inflammasom bezeichnen. Das ist ein Signal, was zusammengesetzt wird, wenn Amyloid Beta von außen erkannt wird von diesen Zellen. Sie sehen hier, das ist im Gehirn von eines Patienten detektierbar, in Entzündungszellen. Es steckt also wirklich in diesen Zellen drin. Wenn man dieses Inflammasom blockiert, können wir die entzündlich stimulierten Zellen wieder in ihren Originalzustand zurückverwandeln. Wir können sie von entzündlich zu Gewebe schützend transferieren und wir können sie dazu bringen, wieder das Amyloid Beta abzutragen aus dem Gehirn. Die Zellen, denen wir das Inflammasom blockiert haben, nehmen hier doppelt so viel Amyloid Beta auf, wie die, die es noch in sich tragen. Wenn man das in einem Tiermodell macht, kann man über viele Monate hinweg diese Akkumulation des Amyloid Beta im Gehirn testen und Sie sehen, dass die Tiere, die das Inflammasom hatten, hier jede Menge Amyloid Beta ablagern im Gehirn versus die Tiere, denen wir das Inflammasom weggenommen hatten und Sie sehen, dass der Unterschied mehr als 50% ist. Das alles Entscheidende war aber, dass die Tiere von der Erkrankung, von dem Phänotyp, von den Gedächtnisstörungen, die Sie aufweisen, komplett geheilt waren. Hier sehen Sie so eine Maus, die versucht eine Plattform zu finden, die wird hier eingesetzt, muss sich orientieren, hier ist ungefähr die Plattform. Sie sehen hier unten die Wildtyp-Maus ist einen Weg geschwommen, die immer wieder in den Quadranten hier oben führte, weil sie genau wusste, da ist die Plattform. Die Kontrollmaus, der das Inflammasom weggenommen worden war, aber ohne Alzheimer-Modell hat das ebenso gemacht. Die Alzheimer-Maus hat sich wahrscheinlich nicht mal daran erinnert, dass sie jemals in diesem Wassertank geschwommen war zuvor und die Maus, den wir das Inflammasom blockiert hatten, im Alzheimer-Modell war sozusagen die Beste, die war besser als die Wildtyp-Kontrolle. Also das ist eine Strategie, die Nervenzelle, die Neurone schützt und das Verhalten und die Gedächtnisdefizite in diesem Tiermodell, was eingeschränkt ist, was nur ein Modell ist, aber komplett blockiert hatte. Diese Tiere waren zu dem Zeitpunkt dieses Tests sehr, sehr alt, länger als man diese Versuche normalerweise durchführt. Ich möchte zusammenfassen, ich hoffe, ich konnte Ihnen nahebringen, dass die Alzheimer-Erkrankung möglicherweise Dekaden vor dem Auftreten erster Gedächtnisdefizite beginnt. Das ist eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass wir uns bemühen müssen, diese jetzt noch im Dunkel liegenden Phasen weiter aufzuklären, weil wir sicher sind, dass dort die Erkrankung verhindert werden kann. Die akute Therapie von Symptomen ist nur transient wirksam, sollte aber allen Patienten zugänglich gemacht werden. Im Augenblick wird nur ein Viertel der Patienten in Deutschland behandelt. Bei nachgewiesenem Therapiefersagen müssen die Medikamente jedoch abgesetzt werden. Eine verlaufsmodifizierende Therapie wäre wünschenswert, konnte aber bislang nicht entwickelt werden. Präventive Maßnahmen umfassen Gewichtsnormalisierung, körperliche Aktivität, kognitive Aktivität und die Vermeidung von Infektionen. Dieser entzündliche Prozess, den ich Ihnen gerade dargestellt habe, der wird durch jede Blasenentzündung, durch jede Lungenentzündung massiv angefeuert. Kollegen aus Southampton haben eine Studie gemacht, in dem sie gezeigt haben, dass Infektionen, wie sie über die Winterzeit normalerweise auch in Südengland auftreten, die Patienten in ihrem kognitiven Abbau massiv beschleunigen. Deswegen raten wir unseren Patienten, alle zur Grippeimpfung zu gehen. Das ist eine von den Dingen, die wir tun können. Bildgebende genetische und experimentelle Untersuchungen deuten an, dass entzündliche Mechanismen für die Entwicklung der Alzheimer Krankheit wichtig sind. Ich glaube, dass das eine wesentliche Rolle für diese bislang im Dunkel liegende Phase spielt und hoffe, dass man dort therapeutisch interagieren kann. Ich habe Ihnen Originaldaten aus meinem Labor gezeigt, deswegen möchte ich meinen Mitarbeitern danken, die alle in der Abteilung für klinische Neurowissenschaften an der Universität Bonn sind. Das hier ist ein hervorragendes Schwertfischsteg mit Rotwein und Tomaten, wofür ich meinem spanischen Schwiegerspater danken muss, der sich immer an der Umsetzung der Wissenschaft direkt beteiligt. Wenn Sie Fragen, Informationen brauchen oder nochmal Dinge aus diesem Vortrag gerne haben möchten, bitte gehen Sie auf die Webseite unserer Arbeitsgruppe, dann können Sie dort die Dinge einsehen und auch Kontakt aufnehmen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, Sie haben Fragen. Vielen Dank. Vielen Dank.